Willkommen zurück zu Let's Play Starboard Together hier mit der ganzen Gamer-Insel-Crew, huhu! Hallo! Ja, was machen wir heute, meine lieben Freunde? Der Futuma fehlt, der gute alte Futuma fehlt, der Schmied, der mit dem Tesch, wir können eigentlich gar nichts machen. Ich glaube, wir müssen uns hier selber so'n Tesch erstmal besorgen, bevor es weitergeht, deswegen... Komm, wir schlitzen Leute auf! Lass mal durchgehen mit Pixel, wie wir das erstmal machen. Ich hab' 200 Pixel. 152. 76. Ich hab' 122. Ich hab' 122. Okay, wer hat' mehr als 200? Ich hab' 235. Nobody. Ach so, doch. Also dann können wir... Kannst du zum Beispiel dann den Robo bauen? Wir müssen auf jeden Fall nochmal den Dings killen. Wir haben die Raffinerie, huhu! Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber dann lass' uns erstmal am besten den Dings killen und dann lass' uns nebenbei... Also das Ufo nochmal killen? Dann müssen wir morgen den Korbe kommen. Genau, dann lass' mal machen. Oder warte mal, nee, warte mal. Ah, den brauchen wir gar nicht. Wir haben hier doch den... Hast du recht. Hier kann man den Tesch direkt kaufen. Okay. Ja, denn? Brauchen wir 5 Iron Bars und Pixel. Ja, dann kaufen wir mal rein. Oh, was? Die ähm... Ja. Hier in der Kiste war ja schon... Passt auf, dass jetzt nicht irgendjemand aus Versehen... Ich geh' auf mein Feld. Das hab' ich schon so lange nicht gemacht. ...die Pixel rausnimmt. Scheiße. Oh, wir werden beschossen. Die Russen kommen! Ja, also... Also wir haben nicht verärzt. Das ist eurer Sicht. Also ich würd' sagen, wir müssen Erz sammeln und... Und irgendwie erstmal oben wieder einen Schutzfall nachbauen. Mhm. Ja gut, dann lasst mal erstmal hier oben alles absichern, weil... Es fehlt nicht mehr viel. Bis zur endgültigen Zerstörung. Alles klar. Hat jemand noch Herz von euch am Start? Dann kann er die unten in die Truhe packen. Hm, hab' ich schon gemacht. Sag' mal, von was redest du eigentlich? Ultimative Zerstörung? Die Meteoren. Ach so. Ja, das ist ganz schön hart. Noch Silbererz erstmal in die Truhe. Besonders... Scheiß, jetzt ist ja der ganze Holz schon weg, wa? Na, ein bisschen ist noch da. Ein bisschen haben wir noch. So, warte, in welche Truhe kommt das Erz? Ganz links, in die Kleine. Ja, ja, ich seh's. Schön, schön. So. Zack. Silber. Rein da. Hab' ich noch wat? Ah, ne, scheint nicht so. Ach, wir waren auf der Suche nach dem Gehirn. Für den zweiten Gegner schon. Du, du glaubst das nicht, ja? Ey, ich hab's echt im Inventar drin ab. Was denn? Wir haben's anscheinend gefunden. Das Relevante gefunden. Echt? Ja. Cool. Ich hab' mich ehrlich gesagt die ganze Zeit gefreut. Ne? Oh ja, Sonntag. Wieder auf die scheiß Insel da ruf, ne? Und dann hören wieder abfahren. Und sich Monsterfallen bauen. Und euch, ne? Wieder rumherschicken zum Locken. Aber scheiße, ich hab's schon. Also, ich hab's letztes Mal bekommen. Ich hab's wohl nicht mitbekommen, dass ich bekommen hab. Ja. Das ist doch gut. Dann... Oh, wie gesagt. Schöner Spaß. Zzzzt. Zzzzt. Elektroschocker. Hm. Juuu. Zzzzt. Wo sind die anderen? Bauen die schon aus? Und da war's mit dem Dave hier. Hör mal, bist du uns Koma gefallen oder wat? Michel Schumacher oder wie? Ja. Äh. Keine Ahnung. Das war böse, ey. Ey, jetzt... Jetzt kann ich wieder. Jetzt geht's wieder. Ey, wir waren hier so fleißig. Das waren Kachen und ich. Ja. Oh, wunderbar. Also, ich hab ja wahrscheinlich die letzten fünf Minuten geschlafen. Wie es aussieht. Daneben. Ach, daneben. Sag mal, bin ich... Bin ich eigentlich gut verständlich? Ja. Nein. Ich versteh kein Wort. Und sowas hat man, glaube ich, vor der Aufnahme nicht während drinnen noch... Genau. Vor der Aufnahme war ja nicht da. Ja, das ist das Pech der, die die vorher nicht da sind halt. Oh, das stimmt. Das ist ja ziemlich scheiße, wenn du nicht versteht. Ich will nämlich ein bisschen labern. Ja, Mann. Versteh dich, Mann. Ich versteh dich wunderbar. Du musst erzählen, ich will keiner hören, geh weg. Ich hab Zwiebel mit deinem Manipulator. Du bist hässlich. Geht's um Präzettisch. Was machen wir mit dem Pech? Wer soll den nehmen? Wer soll den installieren? Weiß ich? Äh, am besten der Screener hier, oder? Wer ist der Screener? Also du... Der, der, der Aufnahme, Joe. Ach so. Ich zum Beispiel. Der Typ, der den guten PC hat, meinst du? Genau der. Genau der. Der überhaupt den PC hat. Haha. Genau. So ist es. Gab's in letzter Zeit mal Updates, seitdem wir aufgenommen haben? Äh, Star Map Upgrade. Oh, zack. Zack. Nein, richtige Updates. Zack. Ne, gab's gar nicht. Also nicht für Starbound. Ach so. So, wir können jetzt in den Beta-Sektor, meine lieben Damen und Herren. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wieso nicht? Wir müssen, du musst, äh, du musst irgendwas installieren oder so. Dass, dass du, äh, den, den Roboter bauen könntest. Musst du mal gucken. Mhm. Ja, warte mal. Den Roboter können wir jetzt eigentlich bauen. Ich bin mal am Lucky Lucky machen. Moment. Ja, sicher. Wir brauchen Pixel ohne Ende und Stahlbarren. Das war jetzt cool. Mhm. Gerne. Warte, ich bin noch nicht fertig. Stahlbarren. Stahlbarren ist doch Kohle und Eisenbarren. Da ist Kohle und Eisenbarren. Und, äh, Pixel. Erstmal bekommt der Black wegen ne Rüstung. Weil, ich werde hier rennen. Ach, ey. Wieso hat 5 Mal... Ne, warte mal, warte mal. Du hast doch schon 10.000 mal ne Rüstung bekommen. Echt mal? Nein. Ich hab gar nicht. Meinst du etwa, Ansgar war an deinem PC und hat die Rüstung geklaut oder was? Vielleicht. Möglich ist alles. Das macht er nicht. Wie viele Pixel hast du, Dave? 120. Alter, lass mich rein! Ich organisiere das mal. Äh. Ja, ich glaub, wir brauchen definitiv Kohle. Sonst können wir keine Stahlbahn machen. Die Eisenbahn lassen wir alle bitte dann drinnen, ne? Ahhhh. Ey, wirst du dem meinen, Alter. Aber ich find's geil. Warte mal, ich mach anderer Seite auch noch was. Ich hab jetzt die Tür. Jetzt bin ich durch. Was habt ihr eigentlich für komische Kohlen auf? Ich geh mal runter in die Erde und guck mal, ob ich irgendwie Erze finde irgendwo. Kohle ist auf jeden Fall wichtig. Ach, kommst mit? Ich komm mal mit einfach. Alles klar. Oh, ich bin auch mal dabei. Ich hör mal die Deko abbauen. Ey, guck mal, das ist ein Vieh. Ey, das spürte das. Vieh, stirb, stirb, Vieh, stirb. Oh, da kommt ein Peils. Oh, ja. Das ist ein Bisa Samen. Oh, au. Ist das nicht ein Bisa Floor? Nein, das ist ein Bisa Samen. Nein. Bisa Floors blüht ist doch schon offen, oder? Ja. Aber das ist ja wie in der Knospen oder nicht. Die Blüte einer Frau? Nein. Nein. Ja, ich mach ihn gerade. Entspann dich. Die Blüte einer Frau. Halt die Klappe, das hast du eben schon gesagt. Du musst es nicht zweimal sagen. Ich brauche Resonanz da drauf, was ich sage. Das ist wie bei kleinen Kindern. Ey, Alter, Dave, halt mal Shift drück, wenn du was abbaust. Du musst dich alles abbauen hier. Wie zu Shift? Damit du nur Zielpixel abbaust. Damit, guck mal, siehst du nicht da die Treppe, die kaputt gemacht hast? Wolltest du die abbauen? Ja. Junge, Junge. Ja, dann mach weiter. Sehr gut. Hä? Hä? Ich sag mal, siehst du das nicht? Du hast so eine Brille auf. Ja. Bogle, hast du deine Rüstung jetzt? Nein. Ich hab keine Rüstung. Ja, dann mach mal. Äh, was ist das? Ja. Nimm. Hallo. Cool. Au, au, au. Alter. Au, 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 au. Mhm. Mhm. Irgendwie. Was seid denn hier alle so am machen? Äh, wir sind auch noch nicht die Treppe kaputt. Das, das möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt in der Öffentlichkeit nicht so preisgeben. Warum nicht? Was ich grad mache, das ist, geht euch alle nichts an. What the fuck? Und warum nicht? Weil das, äh, meine Privatsachen sind. Ich kenne das, was du tust. Lass mal was machen hier. Let's play privat. Ich krieg mir ja bloß auch. Gibt voll Agro schon wieder auf 180. Weil Dave die Treppe kaputt ist. Du bist immer so Agro ist. Äh, komischerweise hab ich 34 Silber und 25, ähm, Bauchen davon. Ja, das ist aber sehr seltsam. Ja, dann tun wir mal komischerweise alles wieder. Genau. Okay. Also ich finde das sehr, sehr komisch. Ja. Oh, guck mal da, Kohle. Ich finde auch komisch, dass du tausend Rüstungen nicht mehr hast. Kohle, Kohle. Äh, Kohle, Kohle. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ja, geh mal zu den anderen rüber. Wo sind die denn? Unten, okay. Der hat die bestimmt irgendwo vertickt und... Ja, ganz genau. So, was machen wir? Lass uns Kohle sammeln. Ich geb Kohle. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Warte, äh, warte. Dude, was brauchst du noch? Wir brauchen Stahlbahnen und was brauchen wir noch? Wir brauchen Stahlbahnen und Pixel. Also erstmal holen wir was zu trinken. Ich wär euch sehr verbunden, wenn zwei von euch hier irgendwie vernünftige Erze sammeln würden. Gold oder Platin. Machen wir gerade. Wir sammeln gerade alles. Achso, okay, okay. Sehr gut. Hier ist Kohle. Ja, wenn wir nämlich nur Stahl brauchen, dann ist halt echt nur Kohle momentan relevant. Aber ich glaub, wir brauchen auch was anderes. Ja, aber Raffinerie, damit können wir dann Pixel... Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da ist natürlich ein Inventar, wenn wir nochmal brauchen. Ja, dann hau immer Rinder. Dann... Genau, immer alles schön in die Truhe rein. Komm dann gleich hoch. Au. Drecksfall. Au, aua, 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 aua. Das tut so weh. Zehntausendmal gegenrennen, ey. Au, aua, aua, aua. So. Irgendwie ist er glücklich, du. Ja, warte, ich versuch mal was. Ja, dasselbe Problem hab ich hier auch. Ah, das, ne. Ich kann auch die Tischenlappe benutzen. Ah, Kohle. Leuchte dir mal. Beim Fuddeln. Gut, wieder bin ich da. Wunderbar. Jetzt glaub ich nichts mehr. Oh, hier ist aber noch. Zeug. Oh ja, das ist schon, äh, schön. Oh, I'm hungry. Eins, zwei, drei. Oh, yeah. Ich hab ganz viel Essen unten drin, in den Kisten, in der... Leucht. Da liegt sogar Bananen. Yeah. Ein paar Bananen. Man kann so einen Schießburger anfangen, oder Hamburger, oder so ein Zeug. Wie hast du das Mikrofoto machen? Letzt mal sehen, du hast Rezepte kann sein. Ja, 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 ja. Ich hab ein Gartensalat-Rezept, habt ihr mir hier hinterlegt. Gartensalat? Ja, ein Gartensalat. Oh. Mit Tarotte und Tomate. Das ist einfach zu gesund. Das mag ich nicht. Okay, da mach ich dir das nächste Mal zu. Und da fehlt ne Menge Fleisch. Ich hab hier auch gesehen, das Wasser in Wasser abgelassen. Das ist ein Haufen Gold. Gold? Was ist Gold? Lass uns mal hingehen zu den anderen, oder? Äh, komm, lass uns noch unten. Alter, warum hab die hier alles schon so einen Doppelsprung-Tash? Keine Ahnung, warum. Ich hab die auch noch nicht. Die haben die alles schon gefunden, wahrscheinlich. Ja, deswegen. Ich muss auch gerne das doch hier, äh, hier, hier. Ja, mit Cheat, ne? Erstmal die Konsole öffnen, dann hier, äh, was weiß ich, Craft-Tech eingeben und Arschlecken oder was? Ja, lass ich. Ey, kann der Maschinen, aber dann geht über ne Passapost rum. Hast du Licht? Nein, nee, lieber nicht. Was wollen wir denn produktivisches machen? Äh, das wurde schon 10.000 Mal angesagt hier. Nee, ich verstehe andauernd nichts. Ja, das ist aber nicht mein Problem. Da musst du andauernd deine Ohren putzen. Nee, ich hab ja keine Ohren, ich bin ne Vogel. Achso. Du hast auch als Vogel Ohren. Nee, die haben keine Ohren. Nein, gut, haben sie nicht. Die haben keine richtigen Ohren. Das sind nur so komische Dinge aus, solche Löcher sind das nur. Also doch Ohren. Ja, aber nicht so wie Menschen Ohren hätten. Wenn ich dir deine Ohren abschneide, hast du auch nur noch Löcher. Wirst du dann zufrieden? Nein. Gut. Wäre kein Vogel sein. Hey, hast du dir grad gesagt, du bist ein Vogel? Nein. Ja, siehste. Ein Vogel im Spiel. Lass mal, du, lass mal zu den anderen Fritzen da gehen. Weil theoretisch können die gar nicht so weit weg sein, weil Flämmchen kann sich gar nicht so schnell bewegen. Das meinst du, aber ich hier ne, hab keine Legs und so. Ja, das ist wie ein geölter Blitz heute. Ja, weil, ne, ich hab alles mögliche ausgemacht und ich hab ein bisschen rangezoomt. Okay. Ja. Ja, das sollte was prägen. Oh, hier ist so wie ein Dungeon oder sowas, oder einfach nur ne Kanalisation. Ja, da waren wir schon mal, glaub ich. Ja, da war die glaub ich schon drinnen. Ja, ja, stimmt. Habt ihr die Kanalisation eben doch gesehen bei euch? Nö. Scheiße, die sind links lang gegangen. Wir brauchen hier falsch lang. Wir sind unten, ne? Wirst du schon? Ach so. Wer hat die dämlichen Kreislägen hingesetzt? Welche Typ war das? Ich sage, du nicht stirbst. Oh, hier ist was. Nein, bin ich nicht. Aber sie sind doof. Siehste, dann sitzen die noch nicht gut genug. Kann nur der liebe Kackenswesen sein? Oh, nö. Oh, Wasser hier. Ich werd schon immer ins Wasser. Wir sind zu weit rechts, sag doch du. Scheiße. Was passiert eigentlich, wenn ihr Wasser auf Lava trifft? Oh, hier ist Lava. Was ist denn das? Lava, 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 Lava. Was ist denn das? Oh, guck mal hier du. Alter. Oh. Ey, ich komm hier. Mann, Mann. Was geht denn jetzt ab hier? Nicht den Boden abbauen. Ich hab mich erschrocken, ey. Hm? Wieso? Weshalb? Warum? Weil da unten Lava war und ich hab nicht gesehen, ob er da schon was hingebaut hatte. Ey, wo sind die denn schon, ey? Sind richtig da unten. Wir haben uns da runtergebuddelt. Wo? Na runter. Na runter. Einfach. In dem Boden. Guck mal, da leuchtet es schön. Ja, da ist auch noch mehr Lava. Oh, bei mir wird's kalt. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, hier ist Kohle und was. Echt? Wieso wird es denn? Oh Gott, warte, 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 warte. Stelle uns Dings hin. Ach. So, hier hast du auch ein paar Bandagen. Ein Engel. Danke sehr. Bitte, bitte. Wenn ihr die Option habt, euch, also an euch dreien. Ja, ihr seid ja echt alle drei da. Wenn ihr die Option habt, nach links und rechts, dann nehmt mal rechts. Aha. Genau. Wir gehen gerade eh nach rechts. Super. Buddeln uns hier durch dieses Scheiß-Gestein durch, was echt überhaupt nicht... Wunderlich. Was hast du denn für eine Spitzhacke? Ja, ich hab noch keine goldene. Naja, guck mal, ich bin da her, okay? Viel Glück. Bräuchte ich noch ein bisschen... Guck mal, er macht da gerade Wasser. Du, Wasser, du. Alter, du Vogel, was machst du da oben? Du, Roboter. Ja. Blub, 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 blub. Herr Kachen, du bist super leise. Das war eben nicht so. Was geht ab bei dir? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ja, jetzt ist wieder besser. Ja, genau. Ich war ein bisschen weiter weg vom Mikro, sorry. Ja, deswegen. Junge, mach das nicht. Junge, mach das nicht. Kachen, warum? Warum? Ah, super, okay. Das ist drin. Oh, jetzt ist wieder kalt. Kalt, 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 kalt. Du, halt bloß die Augen auf dem Trun oder so. Hier gibt's bestimmt ein paar Tags hier. Doppelsprung und so. Ne, guck mal, wie viel Kohle wir hier finden. Also. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, da unten ist Lava. Und da ist halt blau und da ist Wasser. Wasser und. Oh nein, der Roboter. Der Roboter schmilzt. Oh, Alter, war das so knapp. Ich hab überhaupt kein Leben. Der verbindet dich. Mach irgendwas. Sinnvoll. Ja, hier, hier, hier. Dennis hat. Du musst abwechselnd im Lava springen und dann im Wasser. Das härtet dich ab. Was härtet das Metall? Dann kriegst du Obsidianhaut. Cool. Habe ich wohl irgendwas zu fasziniert? Ja, und Menschen würden dann Drachenhaut bekommen, oder was? Ja. Ja. So muss das. Ne, Vögel werden dann gebratene Chicken Wings. Nein, die werden dann zum Phönix. Und Schatz, lass mir morgen Chicken Wings essen, ey. Geil. Ja, ich bring welche von Arbeit mit. Geil. Guck mal, da oben ist eine Säule. Ey, da sind nicht mal wenige, wa? Ja. Mein Freund. Hm? Was los? Schieß mit Bogen da drin. Hast du eine super Perspektive von da. Ja, ja. Hast du recht. Was tut die da machen schon? Ne, ich bin auch schon dabei hier. Ach so. Na ja. Ja. Ein Vogel geflogen. Ich nie da. Oh oh. Oh oh. Ich hab gleich die Arschkarte hier. Ey, warum schießt der Idiot denn nicht? Ich komm jetzt runter zu dir. Das ist mir zu krass hier. Ähm, mir ist gerade was aufgefallen. Gibt's eigentlich Knarren in dem Spiel? Ja. Was? Knarren? Knarren. Ach so Knarren. Pistolen. Gibt es Gewehre? Büchsen. Büchsen. Laserpistolen. Oh nice. Ja, sowas. Und Shotguns. Habe ich noch nie gesehen. Shotguns. Hans der Faust. Ey, die können schießen, die Typen. Pass bloß, dass du Full-HP hast, bevor du weiter machst. Ja, 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 ja. Moment. Ey, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich warte. Worauf denn? Wir müssen ganz kurz warten. Ne, ich mach beide. Worauf denn? Warum? Weshalb? Warum? Weil, jetzt gibt's ne kleine Überraschung für euch. Hä? Ne Giftwitzel. Pass auf, gleich buddel da was frei. Äh. Klecker, 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 klecker. Nein, ich möchte nicht. Vielleicht will er sich auch nur über euch positionieren und dann ein bisschen Vogelscheiß ablassen. Hahaha. Ja, wahrscheinlich. Das ist so, ja. Ich hab ne Überraschung für euch. Da bin ich. Pfff. Ja, und wo ist die Überraschung? Guck mal hier, guck mal. Ach, Dave ist hier. Siehst du hier? Da hat uns gemeint. Sag ich doch über uns pissen, Alter. So ein. Guck mal, da ist, da war so'n, 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 so'n Dings. Das ist toll. Da kommt der kleine Vogel angeflogen. Oh. Du schmilzt. Ach, guck mal, wir sind, wir haben über die rüber gebuddelt übrigens, ne? Ja. Über die rüber. Ich hab grad keinen einzigen Lebenspunkt mehr. Das hatte ich vorher auch. Das ist echt gut. Ja. Hör auf rumzunörgeln, ey. Hör auf rumzunörgeln, ey. Echt mal. Das ist doch voll geil. Hör auf rumzunörgeln. Du warst nur am rumnörgeln. Ja, stimmt ja gar nicht. Verbreite, ich verbreite Liebe die ganze Zeit. Ja, aber eindeutig, eindeutig. Ich hab jetzt grad irgendwie einen neuen Blueprint bekommen, aber ich weiß nicht, wo der hingekommen ist. Oh. Guck mal, oben in der Leiste. Ich bin gelernt. Ne, ist er nicht. Okay. Oh, hier sind noch ein paar Gegner schon. Die Splint, oder was? Oh, ich hab ne Truhe gefunden. Sag mal. Oh, Truhe, 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 Truhe. Boom gibt's nicht. Sag mal, verliere ich meine Höchste und so. Ach. Ich hab nen Tech gefunden. Ne, ne, ne. Der macht der. Ne, der macht der. Hä? Ich bin verwirrt. Ach, jetzt hab ich's. Ne, doch nicht. Äh. Ne, ich hab es. Nein. Doch. Ne, wieso? Ne, jetzt aber ganz ohne Witz. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Ey, wie heute seid ihr? Bei mir stand grad New Tech available. Aber es ist hier irgendwie nix, was ich Tech mäßig available hab. Na gut. Okay. Aha. Hast du noch ne Fackel? Danke. Ich puste schon. Ich rauche. Oh, ach. Das ass macht. Komm, auch noch einer. Grab, grab, ab. Grab, grab, grab. Au. Hast du zufällig was zu essen mit? Ich hab leider mein Essen alles oben gelassen. Ich hab noch zwei Trauben mit. Das war's. Ey, was ist denn das da? Zwei Trauben. Ich teile sie. Sag mal, kennt ihr noch diesen komischen Dino? Was für ein Dino? Denver? Der Dinosaurier. Dum, 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 dum. Der Dinosaurier ist ein Pedover. Hau, ich mit Jumasa finde ich jetzt nicht so wirklich die Kinderserie, aber okay. Hahaha. 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 Er wollte sich eigentlich nur an die Kinder ranmachen und die dann, na weißt schon. Ne, weißt schon. Was wollte er denn? Wo schön. Er wollte sie bespaßen. Inwiefern? Hahaha. 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 Das darf ich nicht sagen. Ja, warum nicht? Weil wir nicht auf 18 stehen dürfen. Ja, und weshalb fängst du dann so ein Thema an? Oh mein Gott, ich schmilze. Um irgendwas zu labern. Ja, dann sag mal weiter. Warum? Was wollt ihr mit den Kindern machen? Der Barney. Komm, ist in Ordnung. Ja. Ich will nicht näher darauf eingehen, dass er abartig hier dieser fiese lilane Pedo passt. Ey, mach mal sinnvolle please. Äh, okay. Hahaha. Bitte sinnvoll sein, please. Oh, ey. Please. Lässt sich aber ganz schlecht durchbuddeln, ne? Was ist mit deiner HP los? Sag mal. Die ist ein bisschen low. Findest du nicht? Ne, du. Das ist noch im vollen Bereich. Ah. Ne, ich habe keine Dings mehr. Au, au, au. Und? Ist das safe da unten, Dave? Ja, das ist Dave. Dave bringt Diamanten. Ui, sind das viele? Das sind echt richtig viele. Gnadenlos. Das ist meine. Finger weg. Geh weg, Susa. Geh weg. Dave, guck mal. Lass mal hier. Lass mal die Lava frei buddeln. Okay. Warum? Wieso? Damit er runterkleckert, wie du das vorher gemacht hast. Ne, das sind nur Kristalle, das sind keine Diamanten anscheinend. Ist egal, ne Mild, ne Mild. Haben oder nicht haben? Daraus kann ich einen schönen Stuhl machen. Das Teilstuhl. Was? Du willst Stuhl gang? Nein. Stuhl. Oh man, David, hör auf, dass du klauen. Ich heiße nicht David, ich heiße Vogeltyp. Vogeltyp, hör auf, dass du klauen, dumme Sau. Vogeltyp? Sag mal, Dude, wie relevant waren das eigentlich mit den 15 Minuten, wie du gesagt hast? Ja, das war eigentlich sehr relevant, aber der erste Part, da geht ja manchmal viel daneben und deswegen, ne. Ihr wisst ja, wie das ist hier bei uns. Das ist ja so Zeit, das ist so ne Sache. Ja, wir achten wie eine Sau drauf. Wir haben keinerlei Orientierung, was das angeht. Ne, das ist wirklich so, ich achte total ungern auf die Zeit. Wir müssten mal einen einstellen, der nur auf die Zeit achtet, der uns dann benachrichtigt. Jetzt ist die Zeit vorbei. Könnt ihr mal auf die Zeit gucken. Alter, Dave, du hast den Scheiß echt weggebuddelt hier, wa? Ja. Ja, dann informier mich nächstes Mal bitte, danke. Naja, wenn du mir was sagst, mach ich das. Alles klar, dann moderier jetzt mal den Part bitte ab, Dave. Was bitte? Was soll ich machen? Den Part abmoderieren. Okay. Ja, Leute, die 15 Minuten sind vorbei. Ciao. Wow. Ja, dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.